Wie wird's sein, wenn ich 80 bin? Kämpf ich dann noch oder nehm ich alles hin? Werde ich noch klar im Kopf sein oder taub und blind? Hilflos und sprachlos wie ein kleines Kind. Mit 85 spiel ich noch auf jung und fit. Lauf ich den Trends noch hinterher auf Schritt und Tritt. Oder bin ich dann müde und will gar nichts mehr? Sind meine Tage viel zu lang und viel zu leer? All zu werden ist nicht leicht. All zu werden ist nicht leicht. Zeit vergeht so schnell, wie sie entsteht. Doch zu leben ist nie zu spät. Bin ich mit 90 dann ein weiser, alter Mann? Einer, der abgeklärt aufs Leben schauen kann? Oder bin ich dann nur ein dummer, alter Narre? Einer, der nur dran denkt, wie's früher einmal war. Kann ich noch leben und verstehen, wie das ist? Wenn man vor Liebeslust die Zeit vergisst? Oder hab ich nur Angst vor dem, was kommt danach? Kommt danach das Licht? Kommt danach das Licht? Oder kommt danach die Nacht? Oder kommt das Licht? Oder kommt das Licht? Oder kommen das Licht? Oder kommt das Licht? Oder kommt das Licht? Und das Licht ist jetzt ein weiser. Du bist so nicht wahr. Vielleicht werd ich hundert Jahre oder mehr Alle Freunde gingen schon, die Welt ist leer Solang man lebt, sterben nur die anderen hier Ich will leben, ich will leben mit dir Alt zu werden ist nicht leicht, nicht leicht Alt zu werden ist nicht leicht, nicht leicht Zeit vergeht zu schnell, gerade wenn sie entstehen Doch zu leben ist nie zu spät Wie wird's sein, wenn ich achtzig bin? 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 Wie wird's sein, wenn ich achtzig bin?